Sie hören Susanne von Berg Die Kaufhaussaga Band 1 Das Kaufhaus Zeit der Sehnsucht Gelesen von Regine Lange Erschienen bei Aufbau Audio Aufbau Audio ist eine Marke der Aufbauverlage. Unablässig trommelte der Regen auf das schräge Dach des kleinen Hauses in der Ossenreierstraße. Das Gewittergrollen drang aus weiter Ferne an die Ohren des alten Mannes. Immer wieder schien das zuckende Wetterleuchten durch das kleine Fenster im Schlafzimmer. Das Unwetter war schnell ins Landesinnere weitergezogen, nachdem es sich über den Dächern von Strahlsund ausgetobt hatte. Nur der Regen war geblieben. In dieser Nacht lag Albert Holzt lange wach. Fröstelnd zog er sich die einfache Decke bis zum Kinn. Seine Bartstoppeln raschelten leise, als der Stoff seinen Hals streifte. Normalerweise hatte das monotone Pladdern der Tropfen eine beruhigende Wirkung auf ihn, doch diesmal ließen ihm seine Sorgen keine Ruhe. Mit klopfendem Herzen lag er auf dem Rücken und starrte an die Zimmerdecke, die sich als schwarzes Rechteck vom Grau des spärlich eingerichteten Schlafzimmers abhob. Das kleine Geschäft für Kurz- und Weißwaren im Erdgeschoss des Hauses lief schlecht, seitdem seine Frau von ihm gegangen war. Margarete, die Liebe seines Lebens, war im vergangenen Herbst an einer mehrwöchigen Lungenlähmung im Alter von 56 Jahren gestorben. Sie hatte den Laden mit Herz und Verstand geführt, wusste um die Vorlieben ihrer vornehmlich weiblichen Kundschaft und kannte nahezu jede Kundin mit Namen. Seitdem ihr freundliches Lachen für immer verstummt war, waren auch die Kunden weggeblieben. Doch wenn er ehrlich war, lief der Laden schon länger nicht mehr gut. Angefangen hatte es vor etwa vier Jahren. Mit der Eröffnung eines Kaufhauses der Familie Wertheim an der Mühlenstraße waren bei Holz die Umsätze eingebrochen. Halbstrahlsund war geblendet von dem pompösen neuen Geschäft, das die Brüder Hugo und Georg Wertheim eröffnet hatten. Unglücklicherweise mit dem gleichen Sortiment, mit dem sich Margarete und Albert Holst ihren Lebensunterhalt verdienten. Dennoch war es seiner Frau immer gelungen, ihre Kundin von den Vorteilen eines Einkaufs bei Holz zu überzeugen. Seit ihrem Tod wurden es täglich weniger Kunden, die den Weg in den kleinen Laden fanden. Albert geriet mehr und mehr unter Druck, denn die Lieferanten warteten vergeblich darauf, dass er endlich seine Außenstände beglich. Tuchmacher, Färber und Knopfhersteller mahnten offene Rechnungen an und bereiteten dem in die Jahre gekommenen Geschäftsmann schlaflose Nächte. Warum, dachte er verzweifelt, warum bist du so früh von mir gegangen, meine Liebe? Nie würde er den keuchenden Husten vergessen, unter dem sie zuletzt gelitten hatte. Jede Nacht war er von ihrem Husten geweckt worden, hatte ihr Beistand geleistet, war bestrebt gewesen, ihre schweren Stunden ein wenig zu lindern. Alles vergeblich. Er hatte nichts tun können, um Margaretes Leben zu retten. 68 Jahre alt war Holst jetzt. Sie waren 39 Jahre lang verheiratet gewesen. Im nächsten Jahr hätten sie ihre Rubin-Hochzeit feiern können. Zwei Kinder hatten ihre Liebe besiegelt. Doch keins von beiden fühlte sich dazu berufen, in die Fußstapfen der Eltern zu treten. Während seine Tochter Johanna seit letztem August mit Heinrich Bolten, einem angesehenen Advokaten, verheiratet war und sich für ihr kleinbürgerliches Elternhaus zu schämen schien, verdingte sich Julius als Tagelöhne am Hafen. Er lebte von einem Tag auf den anderen und zeigte keinerlei Interesse am Geschäft der Eltern, das sie in jahrzehntelanger Arbeit mühevoll aufgebaut hatten. Julius arbeitete überall dort, wo Hilfe im Hafen gefragt war. An einem Tag entlud er Frachter, am nächsten half er den Männern in der Werft beim Bau neuer Schiffe, am dritten Tag schuftete er als Kesselreiniger unter Deck. Strukturen und ein geregelter Alltag waren ihm fremd. In den Augen seines Vaters war Julius ein Taugenichts, von dem er keine Unterstützung erwarten konnte. Auch eine Frau gab es nicht in Julius' Leben, jedenfalls wusste Albert Holz nichts davon. Es wunderte ihn nicht, denn Julius versoff seinen Lohn üblicherweise gleich nach der Arbeit in einer der Schankwirtschaften am Hafen, um dann betrunken in seine sicherlich recht bescheidenen vier Wände zu wanken. Und zwar wird es auch eine gute Zeit, zwei Jahre lang ist er für die Untertainale Ruhm-Geräusche. So, Herr купert die Untertitelung. So, die St気belung, die Struktur-Geräusche, die Struktur-Geräusche in der HVD- nuggets. Vielen Dank.